Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen auf dem zweiten Kanal. Hier gibt es heute wieder Highlights aus den Twitch-Livestreams. Ihr könnt auch gerne mal live dabei sein, wenn ihr darauf Bock habt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren großen Anlehn-Livestream. Hier mit eurem Lieblings-Livestreamer Matschi. Hier geht es heute wieder los. Arc Supreme Modded. Wir legen heute weiter los. Tag 5. Wir werden heute wahrscheinlich Apex-Dinos weiterzählen, um dann hoffentlich gegen den Boss antreten zu können. Ich weiß nicht, ob Michi heute da ist. Wenn Michi heute da ist, können wir möglicherweise auch heute schon gegen den Boss antreten, weil ich hätte richtig Bock. Das sollte so das Ziel sein von dem Stream, dass ich am Ende des Streams möglicherweise gegen den Boss antreten kann. Wir haben einen Apex-Agentavis. Davon bräuchte ich eigentlich noch einen zweiten, damit wir die züchten lassen können. Dann die Dolorax habe ich die ganze Zeit züchten lassen. Das hier sind schon große Doloraxe. Davon habe ich jetzt vier Stück. Für die habe ich eigentlich noch keinen Sattel gemacht. Den Sattel muss ich noch machen können, hoffentlich. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das mit den Satteln aussieht. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so gut aus, weil die sind echt gar nicht so billig und ich habe nicht so super viel Heid. Das könnte ein Problem sein. Ich habe aber den vorbereitet, nämlich Apex-Kribbel. Die habe ich am Start jetzt. Und ich habe Pfeile am Start. Also ich kann auf jeden Fall Sachen züchten, wenn ich nicht alles wieder verschieße. Apex-Dorax. Kann ich davon vier Stück machen? Davon kann ich tatsächlich vier Stück machen. Oh mein Gott. Das hat ja sogar geklappt. Da habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin schon wieder ein armer Bubu und habe wieder gar nichts. Ich will ein Ankylo haben, aber meint ihr, die Apex-Ankylos und so sind auch OP? Oder meint ihr nur, so die Prime-Ankylos sind OP? Das heißt, sind die Apex auch gut oder nicht? Ganz viele normale Ankylos. Apex-Ankylos gibt es auch, hä? Guck mal. 580. Hier, da ist sogar ein richtig guter. Ankylo, du wirst mein sein. So, da. Zack. Falsche Pfeile. Was mache ich? Das war echt die falsche Pfeile. Ich habe einfach mit den Delta-Pfeilen draufgeschossen, ey. Komplett verwirrt gewesen schon wieder. Ankylo-10 ist ja nicht so schwer anscheinend. Doro Rex ist mir ein bisschen schwieriger gefallen gestern. Das war schon eine harte Nuss, ey, die ich knacken musste da gestern. Mit dem schwimmenden Doro Rex die ganze Zeit. Das war einfach der übelste Krampf. Wie braucht der? 3? Warum Alpha-Kirbel? Aua! Ey, du willst das nicht. Ehrlich, du kriegst richtig einen mit der Spitzsacke drauf. Hier, da. Das hast du davon. Ehrlich, leg dich nicht mit dem falschen an. So, Ankylo. Ein bisschen Move-in-Speed würde dir ganz gut tun. Ein bisschen viel Move-in-Speed würde dir ganz gut tun, glaube ich. Du bist ja übel, langsam, Mann. Wir haben gefühlt von allem Ankylo. Ja, ich glaube, das lohnt sich halt auch, oder nicht? Man kann ja ordentlich, ordentlich farmen. Der wird mich wegschubsen, oder nicht? Hör auf damit. Hör auf, dich aufzupusten. Du kriegst hier erstmal eine Schelle. Warum macht den kein Damage? 55.000 nur. Yo, piss dich. Irgendwie er einfach durchgezogen ist. Er hat einfach gar keinen Bock mehr drauf. Lass mich nicht weiter von diesem Ankylo verprügel. Ich bin raus, ey. Einmal abgehoben. Kann ich hier aufräumen mit dem Ankylo? Eigentlich schon. Glaube. Kommt alle her. Ich weiß nicht, wie das mit der Ameise aussieht. Das könnte ein bisschen kritisch werden, aber die ist eh ein bisschen stuck. Scheiß drauf. Oh, Junge. Wow. Die Turtle hält schon so viel aus. Ey, das habe ich mir besser vorgestellt. Ey, Kentrow vielleicht auch ganz nice für einen Bosskampf. Könnte sein, weil die sind gut tanky, ne? Und die werfen Schaden zurück und so. Vielleicht gar nicht so bad. Michi, ich versuche noch, diesen Tank zu zähmen. Wenn das klappen sollte, dann wäre ich danach bereit für einen Boss. Dann habe ich Bock. Dann können wir rein. Kann man den Tanky mitnehmen? Was macht der an Damage oder so? Kann ich da einfach draufschießen ohne Probleme? Ich weiß es nicht. So, hier. Den hier einpacken. So, hier. Das hätten wir auch. Ey, wie groß ist denn die Metrodon? Ach, du Scheiße. Hä? Junge, die Metrodons sind ja riesig. Ey, wie schnell fährt der bitte? Wie soll ich denn den da zähmen? Ich habe einfach da hinten einen Dimorphodon getroffen. Den wollte ich gar nicht. Scheiße. Er ist einfach abgehauen. Ich habe einfach was anderes getroffen mittendrin. Oh, der ist bugt, oder? Ist er bugt? Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Jetzt ist es unfair. Hallo, hallo. Over and out, over and out. Ich habe gar nichts gemacht. Bitte lassen Sie mich gehen. Bitte lassen Sie mich gehen. Warum sind eigentlich alle wutmutig auf der ganzen Welt sauer auf mich? Was habe ich denn getan? Und warum jacksen die mich an? Ich mag das nicht. Lass mich bitte gehen. Aua, ich bin tot. Guten Abend, ihr Lieben. Ich halte anscheinend wieder zur besten Zeit an. Ja, könnte man so sagen. Ne, schon läuft es sehr, sehr gut. Ey, schön, dass du hier bist. Ehrlich. So, easy hit. Kann ich nicht einfach schwimmen? Und der, oh, der schwimmt auch. Okay, so viel dazu. Triffen die hier unter Wasser oder so? Ich bin sehr verwirrt. Was passiert hier schon wieder? Kann ich hier auch irgendwo stehen? Oder ist das alles Wasser? Oh, Trickshot. Oh my God, Trickshot time wieder. Das ist so. Aua, okay. Ehrlich, wenn ich halt 100 Mal sterbe, ist auch egal. Warum ist hier schon wieder irgendwas sauer? Hä, was ist mit dir? Woher die Aggression? Ah, das bist du mein. Schade. Was hast du davon, Dimorphodon? Das ist auch hier. Du kannst mich einfach angreifen. Oder was? Herzlich willkommen im Team. So, nämlich. Wann cooler Flugdino. Ey, guck mal, der liegt hier doch. Findest du den cool, Gamer? Lukas, sag mal. Bewerte mal. Von 1 bis 10. Zack. Dimorphodon. Da, cooler Flugdino. Kann ich doch aufstehen? So einpacken, was für ein cooler Flugdino. Der ist es auch wieder nicht. Stabile 6 geht besser. Stabile 6 einfach. Ey, dankeschön. Aber 6 habe ich nicht mehr mitgerechnet. Ach, Mann, ich werde schon eher von der Spinne angejackst. Ey, warum ist die so schnell? Seit wann spinne ich einfach übel schnell? Hä, guck mal. Die benutze ich auch immer. Ich bin stuck, Stepro. Okay, ich war nur ganz kurz stuck. Alles gut. Alles in der Kontrolle wie immer. Also hier ist noch nie was schiefgegangen. Hier im Livestream-Chat, glaube ich. Kann ich mal auf dich schießen mittendrin? Ja, kann ich. Easy. So. Hier, weiter rennen einfach. Spinne schon immer schnell. Okay, wir haben hier leichte Probleme, aber nur leichte. Es ist alles okay. Ich mache das halt immer so. Ich zähle halt immer alles so. Eigentlich, wie ich das gerade mache. Sorry, ich habe Minus. Oh, warum sind eigentlich drei Aggro? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich weiß auch nicht, welcher davon der Richtige ist. Der da ist der Richtige anscheinend. So, weiter geht's. Ich habe alles unter Kontrolle. Guck mal. Au! Hä, ich habe gar nicht so unter Kontrolle. Ich dachte kurz. Hä, das ist ja easy. Hä, Third Person ist gar nicht mehr so bad. Warum spiele ich das nicht? Spielt irgendjemand Third Person? Sag mir das mal bitte. Spielt das jemand so legit die ganze Zeit? Ich habe das noch nie gespielt. Oh, scheiße. Ich habe Wölfe auf Aggro. Das ist halt nicht so gut. Das ist halt echt nicht so gut. Oh, der ist schneller als ich. Oh mein Gott, der ist viel schneller als ich. Wie mache ich das jetzt am besten? Mein Bett ist da nicht. Ist das hier ein Bett, was irgendwo sinnvoll steht? Nicht so wirklich. Oh, das könnte klappen. Hä, das ist ja übel nice. Hä, wie feiere ich das gerade ein bisschen? Ich habe gerade Third Person für mich entdeckt, glaube ich. Weil eigentlich fand ich das... Was ist passiert? Bruder, was machst du mit mir? Warum zähme ich das hier? Hä? Was ist da gerade passiert? Ich hätte ihn fast gezähmt. Hä, kann er mich nochmal mitnehmen? Ich hätte ihn fast gezähmt. Ist wie Bloodstalker. Aber hat er jetzt noch seinen Fortschritt von gerade? Der hat bestimmt noch seinen... Ja, guck mal. Kann er mich nicht jetzt einfach wieder mitnehmen? Hallo. Ich würde gerne wieder mitgenommen werden von Ihnen, Mr. Erzähl mir nicht, ich kann ihn zähmen. Ich kann ihn zähmen, obwohl ich doch gar nicht bei Prime bin? Der braucht ja einen Satz. Oh, den habe ich doch nicht freigeschaltet, wahrscheinlich, oder? Ich habe den noch nie gezähmt. Ich habe den noch nie gezähmt. Das war es wieder komplett. Ich bin noch nicht mal bei Prime, aber schon Prime, Dino. Warum haut der auch nicht ab? Das macht mir Angst. Und hier ist halt noch ein anderer Wolf. Hier ist halt noch ein Wolf. Das ist doch mein Ende schon wieder. Please, lass mich gehen. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann, wann kommt man den auch nicht weg? Oh, mein Agentar ist es noch in der Luft. Scheiße, mein Agentar ist es noch in der Luft. Oh Mann, ey. Oh, scheiße. Die Wölfe werden mich töten einfach. Ich könnte höchstens versuchen, die mal zu töten mit einem Dolorax. Oh, die sind langsamer. Nur die Frostwölfe sind so schnell. Wo kommst du jetzt her? Lass mich bitte in Ruhe. Oh, der ist tot fast. Oh, der ist fast tot. Oh nein. Hä, warum ist das der, der fast tot ist? Oh, shit. Warum ist der überhaupt noch fast tot? Der macht schon echt ein bisschen Damage. Also mein Dolorax macht echt viel Damage. Das sind die kleinen Freunde im Leben. Ja, ja. Das habe ich schon öfter gehört. So, zack. Die sind weg. Ich weiß nicht, wie es bei denen aussieht. Kann ich gegen die kämpfen? Oh, die haben ja gar nichts an Leben. Der eine zumindest nicht. Und der andere hat ein bisschen mehr. Aber der hat auch nicht so viel. Das ist eigentlich alles easy, hä? Guck mal, wo ist das Problem schon wieder? Zack. Alles unter Kontrolle. So, wie viel Kippel braucht der, Rudi? Der braucht einen, nur einen. Das ist ja ein Schnapper. Hier da, nimm. Einfach gezähmt. Leute, ich habe ihn. Das heißt ja, ich habe einfach ein Prime-Fee, bevor ich eigentlich Prime-Fee hier haben könnte. Und ich könnte einfach einen richtig guten davon zähmen. Ich habe ja jetzt nur ein Level 60er gezähmt. Aber wir machen das einfach mal nicht. Aber testen würde ich ihn schon gerne, meinen alten Kumpel hier. Ey, was sagt Gamer Lukas? Ist Gamer Lukas auch da? Was sagt Gamer Lukas zu dem Flugdino? Findet er den besser? Was sagt der dazu? Ich brauche doch mal ein bisschen Feedback. Das ist eine chillige Acht. Ey, Gamer Lukas. Der gibt mir da eine chillige Acht. Gutesheitsbewertung. Nice. Das ist doch schon mal was. Prime-Desmosattel. Dafür brauche ich jetzt noch Prime-Height. Das habe ich auch noch am Start. Hier, guck mal. Einfach Desmosattel am Start. Das sind richtig nice Tiere. Ich habe nur Gutes von den Dingern gehört und ich habe noch nie eins gezähmt. Also ohne Witz nicht. Ja, jetzt halt. Aber das war auch ganz komisch und ganz ungewollt. Oh shit. Oh, der ist halt übel schlechtes Level. Aua, aua. Junge, der macht 480.000 Schaden. Ich kann so wieder nach Hause gehen. Oh mein Gott, der ist ja übel shit. Das war es ja komplett. Ich kann so Hive-Life, so richtig auf den Sack bekommen. Ey, war schön mit dir. Ehrlich, halt eine gute Zeit. Du bist einfach gut blutig jetzt auch. So, ich muss den einen Dodorex noch eben ausleveln, Chat. Das ist wichtig. Und dafür brauche ich noch einen Dodorex. Aber den mache ich jetzt noch ganz schnell. Alles dabei? Ich glaube... Oh mein... Ich habe meinen Agentarbesinderluft vergessen, Leute. Ich habe meinen Agentarbesinderluft vergessen. Das war es schon wieder komplett. Das war es. Das war es ja mal wieder komplett. Ich glaube auch, die machen mir meinen Bot wieder kaputt. Werd auf damit. Oh. Jetzt muss ich meinen D-Wafon dann auch noch irgendwie retten. Scheiße, Mann. Was war das denn? Wird schon gut gehen. Ich weiß jetzt legit nicht, wo das war. War das nicht hier irgendwo? Ja, hier war das. Ist das gut? Ich weiß es nicht. So, den hätte ich schon mal saved. So weit, so gut. Und jetzt mache ich nämlich den Move des Jahrtausends. Leute, dass ich nicht lache. Warum irgendjemanden retten? Ich muss niemanden mehr retten. Ich habe nicht alles unter der Tolle wie immer. Ey, Agentarbes. Ich habe dich ganz vergessen. Also, ich habe dich nicht vergessen. Mein Chat hat dich vergessen. Ich nicht. Ich nicht. Aber... Jetzt haben wir dich wieder. Wann Boss? Ja, jetzt gleich. Wann denn sonst? So, jetzt. Inventar. Tier 3 Boss. Apex Boss. All fast geil. Das Ding da rein. All F-Apex Blut. Apex Blut habe ich gerade natürlich gar nicht dabei. Ich weiß nicht, wie es bei Michi... Oh, doch habe ich 900. Michi, wenn du noch 100 mitbringst, haben wir davon schon genug. Und Apex Kristall habe ich auch genug. Mir fehlt nur 100 Blut. Ich hoffe, die haben alle einen Seil. Ich hoffe, es will ich. Habe ich noch einen Dodorix? Ich habe noch einen. Guck mal. Apex Tank. Setze ich mich jetzt drauf. Achso, ich habe noch dabei. Ey, Michi, willst du dich auf Juti setzen oder was? Und dann machst du ein bisschen Gebrülle vorher? Dann stelle ich die alle ein bisschen zusammen. Dann kannst du schon mal diesen komischen Buff machen. Und dann setze ich mich nämlich auf meinen Moped. Und dann können wir loslegen, glaube ich. Go. Okay, let's go. Ist der Juti groß? Der ist echt groß, ne? Habe ich gerade auch schon gedacht, wo ich daneben stand. Ich dachte so, was zum Teufel? Das hatte ich anders in Erinnerung. 170 Mille Leben ist anders wild. Okay. Go. Aua. Ich habe keinen Seil drauf. Und ich fahre noch. Warum fahre ich noch? Dodorix auch gar nicht laut. Bin ich ehrlich. Moins zu haben. Ey, Schweine. Schweine hier. Oh, Scheiße. Ich glaube, wir kriegen Damage. Ich glaube, wir kriegen ordentlich Damage, Michi. Michi, das sieht nicht gut aus. Ich muss auch recht bald healen, glaube ich. Oh, ich muss jetzt schon healen. Oh, ich muss jetzt raus. Ich sterbe. Michi, das ist nicht gut. Wo sind meine Heal Potions? Ich heal. Wo sind sie da? Oh mein Gott. Das war schon wieder fast leise. Arg-Unterhaltung war abends. So ist es einfach. Ist alles schon tot? Michi, ist alles tot. Michi, ist alles tot. Michi, ist alles tot. Michi, ist die Wachwert. Nee, Dodorix ist irgendwie drin, glaube ich. Also nicht alle, aber es sind welche drin irgendwo. Ich sehe sie nur nicht. Ich dachte, es ist alles tot. Aber jetzt ist einer tot, aber. Das ist halt schon wieder schade. Aber am Ende sieht es nicht gut aus für uns, glaube ich. Wie lange geht die Heal Potions? Wie lange hat die cool noch? Ich habe keine Ahnung. Er hat auch ein Dodorix gestorben. Ich bin auch fast tot. Ich kann nicht hier. Oh nein, der wird sterben. Meiner wird auch sterben, Michi. Michi, wir werden alle sterben. Michi, das ist unser Ende. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann ich mich vielleicht auf einen draufsetzen? Mittendrin? Kann ich einen einpacken? Warte, warte. Wo ist mein Dodorix? Sie sehen einfach nicht. Nee, ist... Hab ich ihn gesaved? Oder weil ich glaube, ich habe ihn eingepackt, nachdem er tot war, glaube ich. Das ist jetzt ein bisschen gehackt, glaube ich. Ich glaube, das hätte... Oh, der ist auch sowas von tot da hinten. Ich habe halt keinen Seil drauf gehabt, glaube ich. Ich werde nicht drüber reden, was hier schon wieder passiert ist. Dinge sind passiert. Vor allem hat die Heal Potions alle eher drin. Die muss ich mir doch rausholen. Warte, warte, warte. Dinge sind passiert. Das ist nicht so gut. Warte, warte, warte. Ist der sauer auf mich? Ich brauche meine Heal Potions wieder. Hä? War da keine drin? Die war doch da drin, oder nicht? Lucky Heal Charm? Healing Charm? Ich habe keinen Ahm, was das ist, ey. Könnte ich das benutzen? Wie machen wir das? Rückzug? Nee, noch nicht Rückzug. Ich würde noch nicht zurückzugen. Irgendwo hier müssen Heal Potions sein, glaube ich. Oh, Witchy, hast du noch welche? Ich habe noch, dann würde ich die nehmen. Ja, irgendwie... Entweder er hat die gelootet oder so. Ich verstehe das nicht. Ich sammle lieber mal die Settel ein. Scheiß auf die Settel jetzt gerade. Ich crafte lieber 100 neue Settel, als dass ich jetzt den Boss hier so wegkommen lasse. Ernstes Fall. Ich gehe rein. Go. Wird schon gut gehen. Noch nie ist was schiefgegangen hier. Schauen wir mal, was wird. So ist es. Schauen wir mal, was wird. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz okay aus. Vielleicht muss ich mittendrin ab und zu mal abhauen. Das könnte sein. Und dann warten, bis meine Kuhnarm von der Heal Potion wieder weg ist. Aber wird schon gut gehen, ehrlich. Wird schon das halt auch einfach nicht gut draufhauen, glaube ich. Weil wenn du mit draufhauen, kriegst du richtig auf den Sack. Und dann buff mich einfach oder so. Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier anzünden? Bringt uns irgendwas? Nee, kann man auch nicht anzünden. Oh, scheiße. Habe ich alles unter Kontrolle? Nee, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Rückzug. Kurzer Rückzug. Michi, ich muss... Oh. Michi, du bist tot. Ich bin auch tot, Michi. Michi, ich bin auch tot. Das war dein letzter Todorax, glaube ich. Wegrennen. Wegrennen, nicht der Weg. Wegrennen, nicht der Weg. Wegrennen, nicht der Weg. Sechs Sekunden. Fünf, vier, das ist so close. Das ist so close. Oh mein Gott, das war so close. Ich habe noch diesen Ankylo, habe ich auch noch, ne? Der Ankylo haut halt auch gut rein. Delta Kano Taurus. Delta Kano Taurus, du bist dran. Petri brauche ich eigentlich nicht mit reinschicken unbedingt. Der Divorff Wodan kann mit rein. Scheiße, den Divorff Wodan. Also echt, er ist so useless. Alle low, die sind richtig low. Achso, vom Leben her sind die richtig low. Ja, warte, ich packe die gleich einmal ein und werfe die raus. Haben die überhaupt einen Sattel? Meine haben nicht mal einen Sattel. Meine haben nicht mal einen Sattel. Die werden one-shotted. Die haben alle keinen Sattel. Oh, scheiße. Scheiße, ich bin gar... Junge, die laufen da rein, die kippen einfach rum. Ehrlich, ohne Witz. Die werden so schmelzen, die werden so schmelzen. Oh mein Gott. Aber egal, wir müssen die eh entsorgen. Wenn die nicht hier gestorben werden, werden die halt entsorgt worden oder so. Keine Ahnung. Also scheiß drauf. So. Sei dir bereit. Michi, bist du bereit? Oh, das sieht so wild aus. Das sieht aus, als hätten wir die heftigste Armee, die wir je hatten. Und gleich rennen die da rein. Einfach tot. Einfach direkt tot. Go, 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 go. Angriff, Angriff. Angriff. Angriff, alle. Go, 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 go. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich bin mir sicher, ihr schafft das. Scheiße. Wo ist er? Wo ist er? Hier. Alles tot. Alles tot. Oh, ich habe auf dem Kilo kein Leben geskillt. Oh nein. Für mich? Nein. Nein, 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 nein. Oh, ich habe da gerade eine Wind Condition gesehen mit dem Tanken, weil ich mache übel viel Damage. Und du kannst echt so halbwegs zumindest gegen hier gleich, glaube ich. Also beißen. Der kann beißen, aber der macht weniger Schaden. Obwohl, der haut öfter. Der haut schon öfter. Ist das effektiver? Ich weiß es nicht. Ich glaube fast nicht, oder? Stammesmitglied. Michi wurde getötet. Warum wurde Michi getötet? Was ist passiert? Ne. Geht das jetzt noch in die Hose? Der Juti ist tot. Warum ist Michi gestorben? Nein. Ich glaube, das kann klappen. Michi, das war ein guter Move. Aber ich weiß nicht, wie es mit dem Heal aussieht. Ne, ich habe noch 60 Sekunden. Ich sterbe. Ich sterbe. Nein. Scheiße. Ey, Michi, ich bin tot. Michi, ich bin tot. Das war mein einziges Starkantino. Obwohl, ich habe noch den Desmo und ich habe noch den Agentavis. Ich weiß nicht, wie gut mein Agentavis das tankt. Das sehen wir gleich. Nicht so gut. Ich kann auch nicht raus. Oh mein Gott, ich komme wieder nicht raus. Ich bin genauso stark wie Michi. Ich habe die Heal-Postions noch nicht reingezogen. Oh nein. Oh, ich wurde rausgeboxt. Wer hat mich rausgeboxt? Ey, es wird was. Es wird was. Was ist das denn für ein Gerät? Wo hast du das denn jetzt her? Wir haben ihn gleich. Oh mein Gott. Michi, bleib am Leben. Bleib am Leben. Komm, was wolle. Bitte bleib am Leben. Du baust die Sachen auch. Wir haben ihn. Einfachster Boss ever. Einfachster Boss ever. Wo ist der Gegner? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sehe keinen Gegner auf jeden Fall. Zu einfach. Vier zu einfach. Gott sei Dank. Echt Gott sei Dank. Echt Gott. Was war das jetzt? Man kriegt da nichts Heftiges gedroppt oder so. Man kriegt halt die nächsten Kibbel freigeschaltet. Und man kriegt Seeds, um die anpflanzen zu können. Um die Kibbel machen zu können. Was versucht ihr zu machen? Äh, auf jeden Fall. Nächste Stream. Primes sehen ganz viele. Ey, Leute. Das war's von mir. Danke, dass ihr da wart. Kommt gerne morgen wieder vorbei. Schlaft alle gut. Träumt was Schönes. Bis zum nächsten Stream. Okay, tschüssi. Bis morgen Abend. Morgen Abend bin ich wieder da, ja? Falls euch das Video gefallen haben sollte, guckt doch auch gerne bei diesem empfohlenen Video vorbei oder bei dem letzten, was ich gepostet habe. Oder lasst ein Abo da. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag. Und dann können wir's gucken.